Mentaltraining hat mein Leben total verändert. Also mir hat das eine Tür eröffnet in eine ganz neue Welt. Ich hatte ja früher einen Job als Budget-Controller und dann konnte ich mich durch diese Mentaltrainer-Ausbildung selbstständig machen. Ich war dann Trainer der Erwachsenenbildung, habe sehr viel für Unternehmen gemacht und seit drei Jahren bieten wir diese Mentaltrainer-Ausbildung im Rahmen der Neurotunesakademie hier in Wien an. Wir haben auch in München und in Brixen, in Südtirol einen Standort, wo diese Ausbildungen eben laufen. Das Interessante oder Schöne an dieser Ausbildung ist, wir bieten sogenannte Methoden, mentale Methoden an, die man in erster Linie bei sich selbst anwenden kann, aber auch mit anderen Menschen. Einerseits im Gruppensetting als Trainer, Trainerin oder im 1 zu 1 Setting als Coach oder Beraterin. Also eigentlich beide Berufsrichtungen werden, ist es hier ein Einstieg bei uns, bei dieser Mentaltrainer-Ausbildung und ganz viele unserer Absolventen und Absolventinnen arbeiten dann auch genau in diesem Bereich. Also der Beruf als Beraterin und als Trainer, das passt wirklich sehr gut zusammen. Ganz viele Leute haben eben auch diesen Doppelberuf. Was ist so das Spannende an dieser Ausbildung? Wir versuchen hier mit dieser Ausbildung das Bewusstsein der Menschen zu heben. Also wir alle verstehen uns als Teil dieser ganz großen Menschheitsfamilie und sind natürlich bestrebt, uns gegenseitig zu helfen im persönlichen Lebensweg. Und da ist diese Bewusstseinsförderung ein ganz elementarer Teil davon. Also es entstehen dabei neue Freundschaften, auch neue Seilschaften, es werden neue Projekte gemeinsam entwickelt und ganz viele haben dadurch ein höheres, sozusagen einen höheren Grad von einem selbstbestimmten Lebens. Das heißt, man versucht sein Leben in eine konstruktive Schiene zu lenken, dass man nicht mehr Spielball des Lebens wird, sondern dass ich mir ganz konkrete Vorstellungen mache, wie ich gerne mein Leben hätte. Und genau das setzt Mentaltraining an, bietet Methoden, dass man genau das erreichen kann. Ja, wenn du neugierig geworden bist, es gibt immer wieder mal einen Informationsabend bei uns und man kann bei uns auf der Website auch Detailinfos nachlesen. Schau gerne vorbei, Neurotunz.com. Alles Gute und Ciao!